Hallo an alle, ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Offshore-Patrouillenschiffe sind Marineschiffe, die speziell für die Patrouille und den Schutz der maritimen Interessen einer Nation in ihrer ausschließlichen Wirtschaftszone konzipiert sind. Sie sind kleiner als traditionelle Kriegsschiffe wie Fregatten oder Zerstörer, aber äußerst vielseitig. Die Schiffe erfüllen Aufgaben wie Strafverfolgung auf See, Schmuggelbekämpfung, Such- und Rettungseinsätze, Fischereischutz und humanitäre Hilfe. Heute möchten wir euch die 10 besten Offshore-Patrouillenschiffe der Welt vorstellen. Riverklasse Die Offshore-Patrouillenschiffe der Riverklasse sind bei der britischen Marine im Einsatz, um die Grenzen des Vereinigten Königreichs zu sichern und seine Interessen im Ausland zu schützen. Die Schiffe werden zum Schutz der Fischerei und für andere Patrouilleneinsätze eingesetzt. Die Schiffe der Riverklasse Batch 1 sind knapp 80 Meter lang und haben eine Volllastverdrängung von 1700 Tonnen. Das Offshore-Patrouillenschiff hat in der Regel eine Besatzung von 28 Personen, kann aber auch eine 30-köpfige Besatzung sowie eine 18-köpfige Besatzung der Royal Marine aufnehmen. Das Arbeitsdeck der HMS Tyne ist groß genug, um eine Reihe kleinerer Fahrzeuge, leichte Rad- oder Kettenfahrzeuge oder ein Landungsboot, Mannschaftsfahrzeug zu transportieren. Die Batch 2 Riverklasse hat eine Länge von 90,5 Metern und eine Verdrängung von 2000 Tonnen. Sie verfügt über ein Flugdeck, auf dem ein Merlin-Hubschrauber Platz findet. Das Schiff kann eine 45-köpfige Besatzung sowie bis zu 50 Royal Marines aufnehmen. Die Schiffe des Batch 2 verfügen über ein größeres Hauptgeschütz mit einem Kaliber von 30 Millimeter im Vergleich zu dem 20 Millimeter Geschütz der Schiffe des Batch 1. OPV 270 Das Offshore-Patrouillenschiff OPV 270 wurde vom französischen Schiffsbauunternehmen OCEA hergestellt. Das vielseitige Schiff OPV 270 ist in der Lage, zahlreiche Aufträge zu erfüllen, darunter die Überwachung der ausschließlichen Wirtschaftszone, die Kontrolle von Schmuggel und illegaler Einwanderung, die Bekämpfung von Piraterie und Menschenhandel, die Kontrolle von Schiffen auf See sowie Such- und Rettungseinsätze. Das 84 Meter lange Patrouillenschiff hat einen Aluminiumrumpf und bietet der Besatzung höchsten Komfort und Sicherheit. Es hat eine maximale Kapazität für 40 Besatzungsmitglieder, 26 Passagiere und VIPs sowie 35 Überlebende. Das OPV 270 verfügt über ein Flugdeck, das einen Hubschrauber der 5-Tonnen-Klasse aufnehmen kann und zwei Teleskopkräne, die das Aussetzen und Einholen von zwei 9,2 Meter langen Festrumpfschlauchbooten unterstützen. Das Schiff verfügt außerdem über aktive und passive Stabilisierungssysteme und kann Missionen von bis zu 35 Tagen Dauer durchführen. P71 Die P71 ist ein Hochseepatrouillenschiff, das von Caritir Navale Vittoria, einem italienischen Schiffsbauunternehmen, für die Streitkräfte der Republik Malta gebaut wurde. Das Schiff wird für eine Reihe von Missionen eingesetzt, darunter Küstenüberwachung, Such- und Rettungseinsätze, ausgedehnte Patrouillen auf hoher See und Grenzkontrollen im Mittelmeerraum. Die P91 ist 74,8 Meter lang, hat eine Gesamtbreite von 13 Metern und einen maximalen Tiefgang von 4,8 Metern. Das Schiff hat eine Volllastverdrängung von 2.244 Tonnen. Es bietet Platz für 50 Besatzungsmitglieder und hat eine Kapazität für weitere 20 Personen. Eine Aussetz- und Bergungsstation im hinteren Bereich unterhalb des Flugdecks kann ein Festrumpfschlauchboot aufnehmen. Außerdem verfügt das Schiff über ein Hubschrauberdeck, das für die Landung und Betankung von Hubschraubern wie dem Augusta Westland 139 genutzt werden kann. Das Schiff ist mit einer ferngesteuerten 25mm Auto-Single-Earlicon KBA-Waffenstation, einem 12,7mm Maschinengewehr und zwei 7,62mm Maschinengewehren ausgestattet. Hollandklasse Die Offshore-Patrouillenschiffe der Hollandklasse wurden von Damond Skiel Naval Shipbuilding für die königlich-niederländische Marine gebaut. Eine Serie von vier Schiffen ist nach niederländischen Küstenprovinzen benannt. Die Schiffe können internationale Einsatzkräfte bei der Bekämpfung der Piraterie und Drogenbekämpfung unterstützen und in Krisenzeiten Schiffe in Küstengebieten blockieren. Die Schiffe können Nachschub und mehr als 100 Personen transportieren und sind auch für Notfalleinsätze geeignet. Das Patrouillenschiff hat eine Gesamtlänge von 108,4 Meter, eine Breite von 16 Meter und einen Tiefgang von 4,5 Meter. Die Verdrängung des Schiffes beträgt 3.750 Tonnen. Das Hauptgeschütz ist ein 76mm Otomelara Super Rapid Geschütz. Es hat eine Feuergeschwindigkeit von 120 Schuss pro Minute und eine Reichweite von 16 Kilometern. Das Schiff ist außerdem mit einem 30mm Otomelara Marlin WS-Geschütz, zwei 12,7mm Otomelara Hitroll NT-Geschützen und zwei 12,7mm M2HB Maschinengewehren ausgestattet. Das Patrouillenschiff verfügt über einen voll ausgestatteten Hangar für den Betrieb eines NH90-Hubschraubers. Yarmuk-Klasse Die Offshore-Patrouillenschiffe der Yarmuk-Klasse werden bei Damon Shipyards Galanti in Rumänien für den Einsatz bei der pakistanischen Marine entwickelt. Die Schiffe bieten Fähigkeiten für eine Vielzahl von maritimen Operationen in einem komplexen Umfeld. Die Schiffe werden als Kraftmultiplikatoren dienen und der pakistanischen Marine mehr Flexibilität für ihre regionalen maritimen Sicherheitspatrouillen im Indischen Ozean bieten. Die Yarmuk-Klasse ist 91,3 Meter lang und 14,4 Meter breit. Die Schiffe haben einen Tiefgang von 4 Meter und können eine Besatzung von 46 Personen aufnehmen. Sie können 2300 Tonnen Wasser verdrängen, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 42 Stundenkilometer bis zu einer Reichweite von 11.100 Kilometern fahren und 40 Tage auf See aushalten. Die höhere Tonnage der Schiffe wird es ermöglichen, sie mit umfangreichen Waffensystemen auszustatten, darunter ein Hauptgeschütz von bis zu 76 Millimeter sowie weitere sekundäre und kleinere Geschütze. Die Schiffe werden mit GOG-Dennis oder Phalanx CIWS Luftabwehrraketensystem und einer vertikalen Startsystemzelle für Bodenluftraketen ausgestattet. Dry Kamakuto-Klasse Die Offshore-Patrouillenschiffe der Dry Kamakuto-Klasse, Typ BVL, sind bei der venezuelischen Marine im Einsatz und werden in den ausschließlichen Wirtschaftszonen Venezuela's eingesetzt. Die Schiffe des Typs BVL können eine Reihe von Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel die Überwachung und den Schutz von Küstengebieten, Such- und Rettungseinsätze, den Schuss der Schipfahrt, die Bekämpfung des Oberflächenkriegs, die passive elektronische Kriegsführung, die Bekämpfung der Meeresverschmutzung, das frühzeitige Eingreifen, die Beförderung von Personal und Achschub, sowie die Brandbekämpfung von außen. Das 1500 Tonnen schwere Schiff wurde nach dem Vorbild der Patrouillenboote der Serviola-Klasse der spanischen Marine entworfen. Das Schiff verfügt über einen Monorumpf und Aufbauten aus Stahl. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein Flugdeck, eine Heckrampe, für ein RHIB-Boot sowie Völlerlöschgeräte und Systeme. Das Schiff hat eine Gesamtlänge von 80 Metern, eine Breite von 11 Metern und einen Tiefgang von 7 Metern. Das vordere Hauptgeschütz ist eine 76mm 62 Otomelara. Die Kanone hat eine Feuergeschwindigkeit von 120 Schuss pro Minute und eine maximale Reichweite von 30 Kilometern. PPA-Klasse Die italienische Marine plant, bis 2026 sieben Mehrzweck-Offshore-Patrouillenschiffe der PPA-Klasse in Dienst zu stellen. Das italienische Schiffsbauunternehmen Financiatieri ist der Hauptauftragnehmer für die Schiffe der PPA-Klasse und erhielt 2015 den Auftrag für die sieben PPA-Schiffe. Die Patrouillenboote können in den italienischen Hoheitsgewässern eine Reihe von Aufgaben erfüllen. Zu den wichtigsten Aufgaben gehören Patrouillenfahrten über Wassergefechte, die Bekämpfung der Piraterie, die Überwachung, der Schutz und die Kontrolle von Seegebieten sowie die Rettung von Personen in Seenot. Jedes Offshore-Patrouillenschiff wird bis zu 171 Besatzungsmitglieder befördern können. Die Gesamtlänge beträgt etwa 143 Meter. Die Tiefe und die Breite des Schiffes betragen 10,5 Meter bzw. 16,5 Meter. In der Mitte des Schiffes wird ein 11 Meter langes Festrumpf-Schlauchboot für Patrouillen- und Transportaufgaben mitgeführt. Ein Hangar am Heck des Schiffes bietet Platz für bis zu zwei NH90 oder einem EH-101 Medium Lift Utility Helikopter. Die Offshore-Patrouillenschiffe der PPA-Klasse werden mit dem hochkalibrigen Vulkanogeschützsystem Otomelara 12764LW und dem mittelkalibrischen, geschützlaffetten Otomelara 7662 zur Verteidigung gegen überirdische, luftgestützte maritime und asymmetrische Ziele ausgerüstet. Samuel Baggett-Klasse Die Offshore-Patrouillenschiffe der Samuel Baggett-Klasse werden im Rahmen eines Flottenerneuerungsprogramms für die irische Marine gebaut. Die Schiffe werden in erster Linie zum Schutz der Fischerei, für Such- und Rettungseinsätze und für Seepatrouillen-Missionen in der 200 Meilen langen irischen Wirtschaftssperrzone im Nordatlantik eingesetzt. Das Schiff hat eine Länge von 89,5 Metern, eine Breite von 14 Metern, einen Tiefgang von 3,8 Metern und eine Verdrängung von 1.900 Tonnen. Es kann 54 Personen aufnehmen, darunter eine Schiffsbesatzung von 44 Personen, 10 Auszubildende und die Beförderung von Containern. Das Schiff kann zwei 8 Meter lange Starrrumpf-Schlauchboote an beiden Seiten des Rumpfes aufnehmen, während das dritte R-Hip in einer Wiege über dem 8er Deck untergebracht ist. Das Hauptgeschütz des Schiffes ist ein 76mm Otomelara-Kompaktgeschütz, das mit einem elektro-optischen Feuer-Light-System ausgestattet ist. Als Sekundärbewaffnung dienen zwei 20mm Rheinmetall-Kanonen RH-202 an Backbord und Steuerbord hinter der Brücke. Cabo Ocha Die Cabo Ocha oder OPV 84 ist ein neues Offshore-Patrouillenschiff, das von Asma Shipyards im Rahmen des Projekts Danubio 4 gebaut wird. Es ist das vierte Schiff in einer Serie von sechs Patrouillenschiffen, die für die chilenische Marlene gebaut wurde. Der OPV 84 kann für eine Reihe von Missionen eingesetzt werden, darunter Seepatrouillenüberwachung, Seeblockade, Überwasserkriegsführung in Konflikten geringer Intensität, Such- und Rettungseinsätze, Fischereischutz und Verschmutzungskontrolle. Die Cabo Ocha basiert auf dem von FASMA entwickelten 80 Meter langen Offshore-Patrouillenschiff OPV 80. Der Rumpf und die Aufbauten des Schiffes sind aus Stahl gefertigt, während das Steuerhaus aus maritimen Aluminium hergestellt wird. Die modulare Plattform ermöglicht die Integration verschiedener Kampfsysteme, eines Rettungsbereichs und von Startrampen für Abfangjäger. Sie kann eine Reihe von Überwachungsnutzlasten und drei Abfangboote aufnehmen. Das Schiff zeichnet sich durch eine hervorragende Seetüchtigkeit aus, sodass es für vielfältige Aufgaben im Rahmen von Marine- und Küstenüberwachungseinsätzen geeignet ist. Das Hauptgeschütz auf dem Bugdeck ist ein Otomelara 76mm Marinegeschütz. Das Schiff ist außerdem mit zwei 12,7mm Maschinengewehren bewaffnet. S-45 Der Schiffbauer Ice Reel Shipyards hat sein neues Mehrzweck-Offshore-Patrouillenschiff S-45 für den verstärkten Küstenschutz der israelischen Marine zu Wasser gelassen. Das Unternehmen stellte das maßgeschneiderte Schiff am 29. September 2022 an seinem Hauptsitz in der Hafenstadt Haifa vor. Die S-45 bietet Patrouillen und Überwachungsdienste auf offener See sowie eine Vielzahl von Offshore-Einsätzen, wie zum Beispiel den Schutz von Einrichtungen und der AWZ, die Bekämpfung von Terrorismus, Schmuggel und illegalen Aktivitäten, das Anlanden von Einsatzkräften und Kampfeinsätze im Nahbereich der Marine, einschließlich der Bekämpfung von Piraterie und verstärkter Such- und Rettungseinsätze. Ausgestattet mit fortschrittlichen Waffenstationen, Elektrooptik, Radar und Kommunikationssystemen, die für verschiedene Missionen geeignet sind, hat die S-45 eine Gesamtlänge von 45 Metern, eine Dauergeschwindigkeit von über 44,4 Stundenkilometern und eine Kommandobrücke, die eine 360 Grad Beobachtung ermöglicht. Für Einsätze, die ein schnelles Abfang erfordern, kann die S-54 ein 7,5 Meter langes Festrumpf-Schlauchboot mitführen. Zu den Waffenoptionen gehören stabilisierte Marinekanonen von bis zu 30 Millimeter auf dem Vorderdeck und 12,7 Millimeter Maschinengewehre an anderen Stellen des Schiffes. Das war's Freunde, danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welches der Offshore-Patrouillenschiffe euch am besten gefallen hat. Klickt außerdem auf den Gefällt mir Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen, interessanten Videos mehr verpasst.